Meine Damen und Herren, wie hoch sind die Chancen eines Musikers, dass seine CD im Weltraum gespielt wird? Nun, alles was er dazu braucht, ist mit seiner Musik den Geschmack eines Astro- oder Kosmonauten zu treffen. Der russische Kosmonaut Yuri Usadzhev hat sich für die Musik der in Österreich beheimateten Weltmusikgruppe Aras & Gülay entschieden. Und so wurde ihm die CD der Gruppe ganz einfach hinaufgeschickt. Ja und hier ist die CD, Carlos of Silk mit Aras & Gülay. Weltmusik im Weltall scheint zur Zeit äußerst gefragt zu sein. Mehr über die Gruppe Aras & Gülay heute Abend um 19.30 Uhr auf Radio Wien. Ja und nächste Woche...